Jede Sekunde in deinem Leben triffst du Entscheidungen. Tue ich es, lasse ich es, stehe ich von der Couch auf, bleibe ich sitzen, skippe ich das Video oder schaue es mir an und bilde mich weiter. Herzlich willkommen zum Kurs Quantenfeld Investor. Wie triffst du nachhaltig gute Entscheidungen? Entscheidungen treffen ist heutzutage schwerer denn je. Warum? Es gibt unzählige Informationsquellen, unzählige Perspektiven und jeder sagt irgendwas anderes. Und dann am Ende musst du entscheiden, was für dich passt. Du brauchst eine Entscheidung, die zu dir passt, zu deiner aktuellen Situation und zu deinen aktuellen Möglichkeiten. Gute Investoren vertrauen immer auf ihre Intuition, immer auf ihr Bauchgefühl. Ich rede nicht von Investoren, die erfolgreich werden wollen, sondern von den Investoren, die ganz, ganz oben sind. Und genau das lernst du in diesem Kurs. Wie triffst du nachhaltig gute Entscheidungen, die du auch noch in einer Woche, in vier Wochen, in drei Jahren für gut empfindest? Das Spannende daran ist, dieser Themenbereich betrifft natürlich all deine Lebenssituationen. Sei es Beziehungen, sei es Freundschaften, sei es der Beruf. Jede Sekunde triffst du in diesen Bereichen Entscheidungen. Und das ist das Wertvolle an dem Kurs. Das Wissen kannst du auf all deine Lebensbereiche ausweiten. Trag dich jetzt ein in den Kurs Quantenfeld Investments und verändere dein Leben.